Und ja, ich saß ja auf dem Stuhl und da spürte ich keine Schmerzen. Ich bin dann aufgesprungen, habe mich erbügt und ich habe keine Rückenschmerzen. Ich habe keine Schmerzen mehr. Ja, mit 40 Jahren fingen bei mir Rückenschmerzen an. Und die haben sich über 20 Jahre dran gehalten. Ich habe viele Ärzte aufgesucht, Heilpraktiker, aber auch viele Medikamente genommen. Mit den Jahren, wo es älter werden, wurde es immer schlimmer. Wenn ich im Garten arbeitete, hatte ich, wenn ich mich bücken musste, sofort Rückenschmerzen. Auch wenn ich, naja, dann umgraben musste, dann konnte ich nur drei, vier Patenstiche machen. Schon musste ich mich wieder gerade stellen, bis das die Schmerzen wieder was nachließen. Arbeiten gegangen, war nämlich Maschinenführer im Kabelwerk. Und im Jahre 75, da musste ich die Maschine umbauen, ich hatte eine schwere Trommel, musste ich einheben. Und dann auf einmal machte das in meinem Rücken, knackte das und da konnte ich mich nicht mehr bewegen, von Schmerzen. Und, ja, ich bin dann im Krankenhaus gekommen, man hat Röntgenaufnahmen gemacht. Ja, da wurde dann festgestellt, Bandscheibenverschleiß. Ja, wurde ich dann gesagt, da können wir nicht viel dran machen, da müssen sie mitleben. Sie müssen leichte Arbeit machen und aufpassen beim schweren Heben. Und diese Zeit, ich war damals acht Wochen zu Hause, konnte mich kaum anziehen, meine Frau musste mir immer helfen. Und dann Strümpfe anzuziehen, weil ich nicht die Beine aufheben konnte. Ich bin dann auch in den Urlaub gefahren, aber nie ohne Schmerzen. Ich war froh, als der Urlaub vorbei war, wieder zu Hause zu sein. Und dann, die erste Woche, als wir aus dem Urlaub zurück waren, hielt meine Frau die Illustrierte, sie holte sich immer die Freizeitreview, da war die nicht da. Und dann sagte sie, ich habe die Aktuelle mitgebracht. Da habe ich eine Aktuelle gelesen. Da habe ich dann Heilung auf geistigem Wege durch die Lehre Bruno Grönings gelesen, in Köln. Und ich sah, wie die Menschen da so offen saßen, die Hände offen. Dann habe ich gedacht, das möchte sie auch mal gerne probieren. 1991 bin ich dann eingeführt worden in die Lehre Bruno Grönings. Ich konnte das so richtig im Herzen aufnehmen. Ich konnte wirklich, aber man spürte, dass das das Gute war. Ich spürte sofort, dass das etwas Gutes war, was ich schon Jahre gesucht habe und nicht gefunden. Nachher wurde dann gefragt, was ich gespürt habe. Ich habe ein bisschen kribbeln in den Fingerspitzen und ich hatte ja nicht mehr am Rücken ein Dach. Ich saß ja auf dem Stuhl und da spürte ich keinen Schmerz. Ich bin dann aufgesprungen, habe mich gebügt und ich habe keine Rückenschmerzen mehr. Ein paar Wochen danach habe ich drei Umzüge gemacht. Einer von meiner jüngsten Tochter von der dritten Etage runter, schwer gehoben. Ich habe nur alle gestaunt. Wo ist das möglich? Ich kann nur sagen, ich habe es erlebt und wenn man es erlebt hat, dann ist man überzeugt. Und das soll jeder Heilung suchen, soll sich überzeugen. Und heute bin ich dankbar, dass ich wieder alles tun kann und tun darf. Dass ich meine Enkelkinder und Urenkel schaukeln kann, auf den Arm nehmen kann. Ein schöneres, größeres Geschenk kann es nicht geben. Und dafür danke ich Gott Vater und Mono Gröning aus ganzem Herzen. Danke. 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 Danke.